Hallöchen zusammen! Ich möchte euch zeigen, wie ihr beim Urgelmator den Expertengurt herstellen könnt. Denn die Infos, die auf dieser Fahns stehen, stimmen nicht, da zumal gar kein Pokéball beim Urgelmator verwendet werden kann. Und auf PokéWiki habe ich dazu gar kein Rezept gefunden. Der Urgelmator ist hier auf der Rüstungsinsel im Dojo. Hier kommt ihr nur hin, wenn ihr das DLC habt. Ihr sprecht also mit ihm und wählt dann einmal Zink, zweimal Sonderbonbon und ein Säckchen Sternenstaub aus. Wichtig hier, die Reihenfolge muss genau so sein, wie ich es zeige. Ja, und voilà, hier habt ihr den Expertengurt. Zink könnt ihr übrigens beim Automaten im Dojo kaufen, wenn ihr das Dojo hoch genug gestuft habt. Oder ihr kauft es in ScoreCity im unteren PokéCenter. Sonderbonbons bekommt ihr aus Raids oder der PokéLotterie. Und Sternenstaub könnt ihr easy beim rechten Buddelbruder farmen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, dann bis zum nächsten Mal.